Es wird ehrenlos. Es wird ehrenlos. Es wird ehrenlos bei ihm. Ja, ich mach die Map. Guck nach dir! Äh, Umut. Bist du los oder so? Guck mal, er will jetzt flexen mit seinen Fake-Riken. Guck mal, Umut! Nein, nein, wir werden sehen, ob sein Riken-Rest ist oder Fake. Was, Umut? Ja, weil das machen wir mit dir. Ja, Umut, was? Umut, deine Chance ist so. Zuerst mach ich gegen ihn. Wie heißt du? Wie heißt du? Da hat keine Eier, digga, der willst nicht sagen. Umut, was? Umut, Ui, sag ich nicht. Neue Pump, neue Pump. Hallo, neue Pump, digga. Guck, so geht es, so geht es. Neue Pump. Siehst du wie 90-Skin? Ich bin gegen Jules. Hast du gesehen wie 90-Skin? Kapisch? Warum? Ne, du kannst keine 90s. Kannst du wenigstens, Darts? Oh, ich will... Ja, ich kann auch nicht. Kannst du triple edit? Kannst du triple edit? Ne, kannst du nicht, weil du lost bist. Ey, ich kann's. Ihr habt drei Wochen in Fortnite gespielt. Ja, das wird nicht. Du kannst nicht triple edit. Du kannst nicht triple edit. Du kannst nicht triple edit. Weißt du, wie lange ich schon Fortnite zocke, weißt du? Ich spiele schon in Season 6. Verstehst du, deswegen? Ja, ja. Ich spiele schon von Season 4. Aber ich... Komm, du kannst nicht triple edit. Verstehst du? Season 4 ist aber komplett lost. Geht dich nicht mal. Ey, geh jetzt Tresor, Digga. Ich kletz dich jetzt. Obo? Nein, ich kletz dich nicht. Nein, es gibt nicht die neue Palm. Auf was ältest du? Kreis, oder? Kreis, bestimmt. Ja, reis. Ey, goldene Palm. Goldene Palm. Und dann ist es da. Der wird halt erst auf Kreis. Habi. Ey, die tiert auf Kreis? Digga, ich werde den Soha-Konzept. Oh mein Gott, Alter. Der hat üblich... Oh mein Gott, schade. Guck mal, der bohrt jetzt nur noch Treppen nach oben. Oh mein Gott. Wo ist der? Ist der in Afghanistan? Ibra hat zu hoch eingehunden. Komm, mach's. Digga, das ist viel zu easy gegen so'n Bot. Das ist viel zu easy. Ja, wir machen alle Warnung so schön. Guck, ey. Hab's gewusst, Digga. Guck jetzt. Ey, du hast mich gesprungen. Oh, Leute, du hast mich aus, die Busche. Wie? Du bist schon fast dabei von dir. Lan, Lan. Alter. Ah, ne. Guck, guck! Guck, guck! Guck, 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 guck. Nix, man darf nur nicht, schon der ist gar und Spaß. Nix, man darf nur nicht. Neum, mär, nehm. Okay. Mal zum Lohn fair. Oh, Alter, der will... St-St-St-St-St-St-St-St-St-St-St-St-St. ich habe nicht mal ernst gemacht und dagegen gehen man kann gegen die nicht ernst machen bereit ist da und kam ich hatte am ende egal weil ich nicht ernst gemacht habe macht man diese bildung wird aufzubauen nur hier die seien er hat die frühstattung hat noch nicht mal den heil wirklich was ein frühstatt der hatte mit seinen 90 zu flex jetzt habe ich wieder heil und diga oh mein gott aber du hast auch wie ich hab ihn heute das schmack hast du komplette standard settings hast du geheilt ich war so umhaken und ich habe eigentlich ich hatte einfach Okay, ich jetzt. Guck mal, bei mir ging es schnell lieber. Bei mir nicht, ich wollte gegen den Fax, man. Ich hab nicht mal ernst gemacht, ich wollte gegen den Pinch gehen. Ich glaub nicht, dass du YouTuber... Wie unkroß. Ihr soll aus was? Nein, nein. Lally, alles gut. Chill, chill. Ich würd jetzt nimmer chillen, weil er mir gar nichts gemacht hat. Ach so, weil du schlecht bist, gell? Nein, die Leute sind nicht schön. Das macht der Friger. Jetzt komm eins und eins gegen mich. Alle haben gemacht, was da ist. Ey, lass, 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 lass. Der ist Season 8, Season, äh, Season... Komm auf Ehre. Ha, pot, 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 pot. Du hast gesehen, dass du gegen jeden von uns verkackt hast. Guck, du bist kein YouTuber, du Fake, Alter. Ja, komm mal, komm mal bei meinem Bett. Komm mal bei meinem Bett und ich würd meinen Namen aufschreiben bei einer Tafel. Und dann schreibst du es an und dann... Weißt du, schreib mal TTV-Klan rein. Du siehst, dass wir in YouTube sind und du wirst es nie wieder vergessen, dass wir dich gefickt haben. Ich kann auch türkisch. Warum sollten wir bereuen? Ja, der wüsste nicht mal, der kann kein türkisch, Alter. Ja, meine Mutter ist türkisch, schau mal mal. Der will sich jetzt cool finden. Der will sagen, wir essen ehrenlos. Türke, 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 Türke. Ist jetzt richtig ehrenlos bei ihm gerade. Ich bin zu Hause. Safe ist er fett, Alter. Ich hör's, wie er fett ist. Guck mal, wie er noch ist. Ich bin fett, du bist fett, du fett, du fett, du schwein. Wie sie liegst du? Digga, ich bin nur... Du wiegen nur 36. Guck mal, ich bin achte Klasse. Du bist safe, vierte. Der hätt sich wirklich fett an. Der hätt sich wirklich fett an. Guck mal. Mein Mikrofon ist ein bisschen kaputt, aber scheiß einfach drauf. Der Mikrofon ist kaputt. Dein Mikrofon ist kaputt. Warum hast du das nicht früher gesagt? Kommst doch, kommst doch von meiner Arena und... Da sind wir jetzt. Wetten, du bist so ne Hacker mit. Wetten, du machst so ne Hacker mit. Ja, Acht nicht. Warte, warte, warte. Das ist nix. Nein, 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 nein. Ey, hört mir zu. Wir gehen rein. Er ist Hacker. Trotzdem in ihm klappen, okay? Schau. Da ist eine Tafel. Das habe ich jetzt einfach gebaut. Da irgendwo ist eine Tafel. Komm mal. Komm mal. Da ist eine Tafel. Da steht mein YouTube-Kanal Name. Und das könnt ihr über YouTube schreiben. Und dann hat der mal YouTube-Kanal. Und wenn ihr das geschrieben... Wenn ihr das geschrieben habt, dann muss da ein Tiger sein. Weißt du was? Der will wieder Z-Mex sein, Digga. Der will auch zu YouTube machen, Digga. Genau das, Digga. Okay, schreib doch. Schreib doch. Schreib doch. Der will wieder coole Z-Mex sein. Ibra, schreib. Ibra, schreib. Hey. Ich schreib doch. Da steht da. Aber da muss auch eine... Da... Da... Das Bild ist ein Tiger drauf. Weil das Bild ist ein Tiger drauf. Also... Tiger, die empfehlen dich nicht. wetten du bist es auf youtube wird mir über zähne dass ich auf youtube bin oder du auch wettner auf 10 ok wenn du auf youtube bin dann gibt es mir 10 und wenn du auf youtube bin dann dividierte kannst du dir keine 36 abonnenten ihr habt nur 11 oder 12 abonnenten hast du zwölf oder zwölf oder elf wir haben bei der entahl erreicht das soll ja bald haben zum glück bei 1k abonnenten kreative kraft auf stream snype wie wie es so wie die tanz nein karl kann sein der ist gratis man muss wenn die man angeblich da fernst du blöd ich will euch etwas sagen ich hab ein YouTube Video gemacht und kann nicht euren Stimme bei Video eine machen oder nicht? Du bist so behindert, Alter. Du bist so behindert, Alter. Du bist so behindert. Du glaubst, du glaubst, dass du YouTube machst. Ich glaub dir nicht, dass du YouTube machst. Guck mal, wir haben ja noch YouTube-Kanal, du bist YouTube-Kanal. Ich glaub, du bist YouTube-Kanal, du bist YouTube-Kanal. Ich hab auch einen YouTube-Kanal. Ich hab dich gefunden. Ich hör sogar. Ich hab ihn nicht gefunden. Ja, ich hab auch gesucht, Alter. Ich hab's nicht gefunden. Ja, hier steht zwei Tafel. Guck mal, weißt du? Okay, wenn du sagst, es gibt einen YouTube-Kanal von dir. Okay, von mir aus. Ich glaub dir jetzt. Aber du hast so wenige Abonnenten, dass du jetzt nicht empfohlen wirst in YouTube. Du bist nicht in YouTube komplett drin, weißt du? Deine Videos hätten nicht empfohlen. Schon? Nee, nicht schon. Schon mein YouTube-Kanal wirds geöffnet. Du sagst, tschüss, Leute. Du bist so ein Keck, Alter. Du bist so ein Keck. Du bist so ein Keck. Ja, 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 du bist so ein Keck. Halt dein Maul, Alter. Hab ihn hops genommen, hab ihn hops genommen, aber jetzt tut es so blöd. Ey, schrittel wann ich ja für dich extra. Tag euch an und Tag euch an. Tag euch an. Tag euch an. Tag euch an. Und die neuen. Red nicht mal wie ein Video ab. Oder was? Du sprach. Hey, weißt du was? Schiefsarab. 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 Nein. Schiefsarab. 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 Aber ich kann auch Russisch sagen. Schiefsarab. Ich kann auch Russisch. Haha. Scheiße, Digga. Schade, schade. Und nein. Muslim. Kein Russisch. Tö, bitte. Russisch ist Haram, Digga, für dich. Tö, bitte. Tö, bitte. Tö, bitte. Wie kein Russe. Tö, bitte. Tö, bitte. Und die glauben alle, dass ich Russe bin, Digga, einfach. Ich bin nicht Russe. Ich bin kein 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 Russe. Wenn du hast dich mal Zünnet gemacht. Du hast kein Zünnet gemacht. Ja, habe ich schon gehabt. Und sogar Zünnet-Dühne. Weißt du, ich habe schon, als ich geboren bin nach so ein, zwei Jahren, dann habe ich schon so klein habe ich schon Zünnet gemacht. Als Baby. Baby. Baby Allah, wir sind nicht klar Ja, Allah, wir wollen nicht mehr Haywaner Was ist das? Haywan? Die hat Haywan gesagt Haywan Keir 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 Ich kann arabisch chliga und du kannst nicht mal editieren Weiß du was? Deine edits....deine edits, weißt du was? Du warte warst mein edits laden langsamer herunter als gta Warte, man sieht, dass er mitkreiste editiert, man sieht, dass man mitkreis editiert Deine edits laden später, also langsamer als GTA ok wird man wieder jetzt mal fertig machen und die die erschicken ok 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 warte die sehen dass sie so klasse skills haben ich habe 200.000 wie lange hast du mit youtube angefangen die war nur ein jahr zu haben auch so scheiße angefangen nicht scheiße wie du ich bin besser als ein ganzes youtube-kanal insgesamt zusammen alter eine france ich stimme schläftiger dessen zigeuner schlief auch stumm schalten stumm schalten leute das war das video aber jetzt gesehen wie er mich wie die drei mich gedisst haben und nach diesem video war es abonniert abonniert mich macht die glücke aktiv und zeit dabei und es ist nur zwei sekunden dass er mich abonniert also wenn ihr den roten button drückt dann passiert nichts ich bin immer hinter euch und ciao